Spüren Sie, Unternehmer gehen in sich? Ich habe mein erstes Unternehmen mit 13 gegründet. Ich hatte 30 Pfennig Taschengeld in der Woche als Gymnasiast. Damals kamen die ersten Parkuhren auf. Und dann habe ich immer geschaut, wo ist eine Parkuhr abgelaufen und habe einen meiner drei Groschen in die Parkuhr versenkt, gewartet, bis die Autofahrer kamen, ihnen gesagt, Mensch, die wären fast aufgeschrieben worden. Ich habe sie schnell noch vom Strafzettel gerettet. Die meisten haben mir 50 Pfennig zurückgegeben. Nach einigen Wochen hatte ich mehrere Schüler für mich arbeiten und ich kam locker auf 5 bis 10 D-Mark Taschengeld pro Woche.